Und da sind wir wieder bei Battle Chasers für die Switch. Wir befinden uns in Totenwacht und versuchen jetzt Macron zu erlegen. Den verkohlten. Gucken wir mal ob es klappt. Das haben wir schon das letzte Mal gesehen. Seltsam, dass sich hier die Figuren bewegen. Wissens. Okay, wir versuchen den jetzt zu erlegen. Das wird natürlich nicht so einfach sein, aber ich hoffe, dass es diesmal klappt. Wäre schön. Also wir sind gebufft, haben ein bisschen mehr Angriffskraft und volles Mana. Das heißt, wir können unser volles Potenzial ausschöpfen, was wir auch machen werden. Nur so. So. Weiß, es kostet alles, aber... Die Gears Griff ist ganz gut, damit wir immer wieder ein bisschen Leben bekommen. Weil er uns ja die ganze Zeit Leben klauen wird. Okay, es bringt uns nicht so viel gerade. Also wir werden nochmal für Wüstung einsetzen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal nochmal den Überfall reinhauen. So, jetzt wird das wahrscheinlich ordentlich Schaden reinballern, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber... Glück haben. Ähm... Müsste der Bauchtreffer reichen. So, Macron, das war's für dich. Eigentlich war der gar nicht so schwer. Das war beim letzten Mal war ich bloß unvorbereitet. Dann diesmal vorbereitet und er ist platt. Perfekt. Wo kommen wir denn da? Macrons verkohlt der Stab. Okay, wir heilen uns mal ganz kurz. Was kann denn der Stab von Macron? Schauen wir's mal an. Ist in unseren alten ganz gut. Den kriegt er definitiv. Könnt ihr jetzt noch nicht machen, weil er den nicht dabei hat, aber das ist schon mal ganz gut. Wir teilen uns erstmal hier ein bisschen um. Hier gibt's leider nichts. Vielleicht, dass man hier noch irgendwas findet oder so. Ja, wie man sieht, war das kein super Boss jetzt gerade. Das war einfach nur so ein Zwischengegner, glaube ich. Gehen wir weiter. Hier kommt ne eglige Spinne mit dem egligen Viech. So. Ein bisschen Schaden weggenommen haben durch unseren... Mh... Rauch. Der ist Level 18 und ich war recht hoch, aber... Oh, Arcana krank. Und... Komischen Schaden. Oh. 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 Sehr gut. Okay. Kann man schon was herstellen? Puh... Mach mal ruhig mal machen. Hier ohne die Kräuter bringen sie das Ganze nichts mehr? Ne. Okay, können wir das nochmal nicht herstellen. Da ist noch ein so ein Gegner? Ach, da war einer im Schatten. Habt ihr gesehen? Es kam von links nach angerankt, der Assi. Okay, hier müssen wir ein bisschen größeren Schaden errichten, sonst wird das gar nichts hier. Ach, das sieht aus wie der Henker, ne? Bis denn wir schon gerade die Letzte vollgeplatt gemacht haben. Aber wir machen mal ein Lauffeuer, dann kriegen wir beide erwischt. Die machen wir noch nicht. Ah, berechnen sie weiter. Ei, ei, ei. Na komm. Ach, die Sau kannst du... Ach, scheiße. Der hat doch ne Eile. Was? Ist das dein Ernst? Shit. Meine Leute sind alle tot. Das ist ja beschissen. Okay, das bringt uns jetzt nicht mehr so viel. So ein Scheiß. Mein Gott, da hab ich gar nicht mit gerechnet, dass die so reinhauen. Nun ja, wir finden uns im Dorf wieder. Und können auch hier mal was abgeben bei der Jägerin. Puh, die haben ganz gut reingesnibbelt gerade, die beiden. Die waren auch beide ein bisschen höher, da will ich aber trotzdem nicht, hätte ich was da so reinhaut. Macht ja auch nix. Irgendwie kriegen wir es trotzdem hin. Jetzt haben wir jeden Gegner irgendwie in die Knie gezwungen bekommen. Puh, und auch diesen werden wir nicht nie zwingen. Jawohl! 170 Gold, naja, gut. Ja, wir haben einen Grabwächter getötet. Wollt er nicht. Abgeschlossen. Wir haben einen Henkerkittel bekommen. 800 Gold und 16 Dunkelsachen. Sonne auf der Klinge. Seid vorsichtig. So. Ah. Schauen sie mal an. Gally, ne? Gally, perfekt. Kriegt sie auch noch, aber müssen erstmal die Leute, die wir jetzt dabei haben, wichtiger. Versuchen wir nochmal zurück in den Katakomben zu kommen. Und dort? Okay, ein paar Gegner werden wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Kommen wir nicht drum rum. Geiles Ding. Ähm. Geiles Ding. Da. Man hat das ja auch noch ein Mal drücken. okay ex das dunkel ist Hier, ich wollte mal gucken, ob ich kann hier irgendwas futtern hier, ganz so hilflos dastehen. Angriffsstärke. Das können wir gleich nutzen, wenn wir hier reingehen nochmal. Ein paar Sachen haben wir ja noch, die wir brauchen können. So, ab in toten Worte mal rein, ist ja gar nichts, ich will es mal schaffen. Gut, den haben wir ja ganz gut erledigt, den Macron, aber wie man sieht, sind die Gegner danach auch nicht gerade so schwach mehr, aber so viel mehr dürfte da nicht mehr kommen, glaube ich. Legendär orange, ja, orange Sachen habe ich glaube ich noch gar nicht gefunden. Kommt vielleicht nochmal. Wäre ja schön, ich würde mich freuen. Magische Abwehr verringert den erlittenen magischen Schaden, uh, gut zu wissen. Na, wir schauen mal. Ja, das machen wir. Wir lesen andauernd die Rezepte und finden auch neue Sachen, aber naja, so ist es. Habt nicht immer so, wie man es will. Na komm, na komm. So, warte geht's. Jetzt wird der ganze Scheiß nochmal durchforstet. Macht auch langsam keinen Spaß mehr, aber was soll man machen? Was mach ich hier? Mach aber das Ding benutzen. Viel schneller da. Also nicht viel schneller, aber schon einiges weiter. Aber komm natürlich nur bis dahin. Ärgerlich ist. Das ist auch blöd gelöst hier irgendwie. Ich hab leider das andere, den anderen Reisepunkt noch nicht gefunden. Den suchen wir vielleicht gleich anders, ne? Bevor wir uns hier weiter ins Getümmel stürzen. Den ganzen Dungeon nochmal durchgehen. Ich hab noch nicht so viel was drauf. So. Hätten wir den Knopf. Okay. Gehen. Gehen. Wunderbar. Durch. So, brauchen wir nicht lesen. Wir wissen, dass nur der Tod lebend macht. Das heißt, wir gehen durch die Toten-Typen durch. Gehen ab. Gehen weiter. Hoch. Wenn ist ein Skelett drin, brauchen wir auch nicht überlegen. Schnappen. Das heißt, wir gehen durch die Toten-Typen durch. Wenn wir da herankommen. Haben wir halt schon mal gelesen. Brauchen wir jetzt auch nicht groß nachforschen. Wir haben ihn noch nicht gekillt. Das macht aber auch nichts. Ich glaube, hier kommt man auch nicht weiter irgendwo noch anders hin. Das ist nur der. Das ist nicht so richtig. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir ihn gleich mit. Lassen sie auch noch töten. Na, verdammt das. Na gut. Und zwei. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht so richtig. Bunt, Bunt, Bunt! Gift, okay Okay Okay. Okay. Slapte mal ganz gut. Oh, ich leg auch noch was. Nichts. Naja, war jetzt nicht so viel, aber egal, haben wir es mitgenommen. So, laufen wir jetzt mal weiter. Okay. 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 los vergift ihnen alles denn jetzt Der hat natürlich ordentlich Kraft, der haut natürlich wieder einmal mit 1 Schlag wieder die Leute tot. Das gibt's doch gar nicht. Der hat so viel Kraft, der hängt ja da. Muss man einfach mal sagen. Okay. Der hat nicht so viel... Shit, ey. Der hat mich erpackt. Einen kleinen müssen wir als erstes killen eigentlich. Wenn der einfach weg ist, ist nicht ärgerlich für mich, weil der Große einfach so viel Schaden macht. Wie ist denn das? Echt? Scheiße, ey. Echt? Scheiße, ey. Ach, witzig an der Axt. Na gut. Ach, wie ätzend ist das denn, wenn sie an. Die waren aber auch gar schon hart da, die beiden da, muss man sagen. Wie sind die so hart gewesen? Wie ist das? Ich losst. Ich losst den. Ach, wie sieht die Pfeuil? Ich losst die genau, wenn sie hier nicht jefierig waren. Wie ist das? Ja, naja. Össch. Wie ist das? ich habe echt jetzt alles riskiert hier oben für nichts man sieht das ist aber blöd na gut gehen wir noch mal rein versuchen wir es jetzt mal fertig zu bekommen so wenn wir irgendwas gefordern hier muss ich nehmen zeitlich begrenzt macht aber nichts ok aber ein bisschen leben haben wir weg genommen dadurch viel aber ein bisschen muss der unten den flinken klappert noch als er es weg haben weil der einfach sauviel leben weg haut hier macht eigentlich nur ein sinn bei einem verbinden nicht schlecht der muss weg sein so du ein spaß das gibt es doch gar nicht alter Schwede der knüppelt so rein Leute da müssen wir das nächste Mal wieder angehen das gibt es ja nicht na gut noch einen Angang machen wir jetzt nicht aber nächstes Mal sind wir wieder wenn ihr wollt seid gerne dabei wir versuchen uns nochmal es muss ja klappen vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin tschüss bis dann bis standing bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.